Kleine Schnüppschüche oder Schnüppschüche machen? Micha hat hier gerade ein Video gemacht und ich auch. Jetzt sagt der nichts. Micha, sag mal was. Guck mal, was du entdeckt hast. Ja, ich habe Schiffe entdeckt. Die sind festgefroren oder was? Die sind festgefroren, ja. Ja. Naja. Naja, die tauen auch wieder auf. Wirklich? Ja. Jetzt weißt du, warum keine Kreuzfahrten stattfinden. Nicht wegen Corona. Ich habe noch nicht mal Hallo gesagt. Ich habe einfach nur angefangen hier zu filmen, weil du reingequasselt hast. Du bist doch immer so unhöflich, oder? Ja. Micha, komm jetzt mal mit. Ich kann bei den Telefonen hier leider nicht stoppen. Ist egal. Also musst du die ganze Zeit labern mit mir. Ja. Oder wir müssen später nochmal eins machen. Hast du den Schrittzieher dabei? Wir gucken jetzt. Oh, wir sind schon bei 109. Jaja, wir sind hier vorne am Triptower Park gestartet und haben 109 Schritte gemacht. Wir haben aber hier an der S-Bahn angefangen zu zählen. Ja. Ne, die App hat gezählt. Ich habe dich mitgezählt. Ja, Micha, du hast die Schiff mal im Kreis gedreht und dann hat die App 109 Schritte gezählt. Der hat schon die Kilometer mitgezählt, die schon bisher her gefahren bin. Ja, aber das haut nicht ganz hin. Der hat auf null. Ich habe geguckt. Er hat es mir gezeigt. Guck mal, hier haben sogar die Buden auf. Ja. Guck mal, hier ist es ganz wenig los. Voll Corona-konform, oder? Ja. Ach ja. So, wann wir jetzt mal wieder Stopp machen und dann bringen wir vielleicht nochmal ein zweites Video. Weil, wie gesagt, natürlich. Gut, dann machen wir das so. Ja.